Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Leftforter 2. Wir versuchen jetzt nochmal dieses Teil an dem Riesenhaus. Der Kai ist natürlich, wie in der letzten Folge auch, wieder mit dabei. Und wir versuchen jetzt unser Glück, das Ganze nochmal hier zu rocken, weil das war ja in der letzten Folge, lief das ja nicht so gut. Ich meine, das waren noch zwei Tanks, das war ein bisschen übertrieben, aber nur so dezent übertrieben. Ich habe echt noch gehofft, ihr schafft das Beda, aber... Ja, das Problem war, er hat mich ja schon halber hochgezogen gehabt. Ja, und dann kam der Charger noch, ne? Und dann kam der Charger noch, der ihn weggerammt hat. Und da hatte er halt null Chancen dann. Ich habe echt gedacht, hätte er mich nämlich... Dass der noch auf den Tank gelegt hat, ey? Ja, ich habe ja mit drauf geschossen, mit der kleinen Waffe. Das war ja das Gute da dran, ich habe ihm ja geholfen noch. Wenn man da mal im Haus hat, muss man auf jeden Fall oben bleiben. Ja, wir haben jetzt auch so gerade eben kurz in der Aufnahmepause haben wir jetzt auch beschlossen... Hä, wo geht's denn lang? Da hinten, ne? Ja, genau. Haben wir jetzt auch beschlossen, dass wir beim Haus bleiben. Boah, schreit ihr denn so, Zombies, Alter? Mich hat er wieder, das war ja wieder klar. Ich glaube, den Smoker. Weil ich glaube halt, du hast die beste Möglichkeit, wenn wir im Haus bleiben dann. Ja. Sag mal, vertraut ihr mich hier, sag mal? Ich bin empfindlich. Oh. Oh, was, ey. Ich geh jetzt auch gar nicht mehr in die Häuser, weil da war eh nix drin in der letzten Folge. Ja. Eh nur Müll. Scheiß Dreckskaff hier. Da oben. Da oben saß doch mir was. Ich geh mal gucken. Es war tot, aber... Dass es jetzt war. Oh, sorry. Oh, incoming. Hier hat er mal um andere Tage gesehen. Ne, mir in den Schuss. Oh Mann, sind wir wieder geklaut. Ja. Oh nee, ich bin voll gekotzt. Na toll. Das ist schlimmer als wenn ein verfolgt ein Döner ist. Wie komme ich jetzt auf Döner? Ich habe keine Ahnung. Oh, ne Acker. Ja, tötet halt mal den Splitter bitte. M16A1 wurde die meisten sind. Super. Dich hier übrigens auch noch für dich. Ich gehe hier runter jetzt. Jo. Da drüben wir ziemlich weit in die schöne Sonne. Wie ich schon wieder voll viel Leben verloren habe. Alter. Ich habe hier nix. Ich bin ohne Mini-Pack und alle. Halt halt. Jockey, 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 Jockey? Oh, wo kommt der Hunter her? Wie die beide auf dich gegangen sind. Echt, Mann? Ja. Gangbang, Alter. Ehrlich. Ist der Riss? Ich bin anziehungskraftsmäßig unterwegs. Oh. Ja. Ja, ja. Ich tue wieder auf Eitel hier. Oh, komm, ne. Langsam red's nicht echt auf. Und alles wieder. Ja. Oh, ey. Jedes Mal ich, ey. Oh, bist da runtergefallen? Ja. Yay. Da ist ein Mollo. Ah, hast du schon. Ey, ich hab' einen Molli. Hallo. Aufräumkommando. Kommandieren. So. So. So, ich hab' hier so ein Deathrill, denkst du aber mitgenommen. Was hast du mitgenommen? Falls wir wieder sterben sollten, dass er den ja defibrillator. Ich geh' jetzt mal gleich runter und lad' gleich meine Muni auf. Ah, jetzt sind hier die Medikills und auf der anderen Seite bestimmt die Muni, oder? Ja. Ja. Glaub' ich auch. Nee, hier ist keine Muni. Hä? Wo ist die Muni? Hä? Die Munition hin. Oh, nee. Ach, hier vorne, Alter. Munition. Ich hab' nen Defi. So. Sind wir ready? So. Über ein Tor schon? Mhm. Geh' mal hoch zur Maschinengewehr. Ich dachte dann, wenn ich da bin. Ja, ich komm' eh zurückgerannt. So, bin da. Hilfe naht, verteidigt euch. Okay. Ich komm' zurück. Ich mach' unten die Tür zu. Oh, mach' doch die Tür zu, du Spasti! Oh, ich bin wieder vollgekotzt. Na komm, Waffe! Ich seh' halt auch nix, weil ich vollgekotzt bin gerade. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! So macht man das, okay. Weil es ist die Waffe überhitzt. Ich weiß. Kein Ernst? Ja, ja. Oh, oh! Oh, oh! Granate! 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 Sie kommen! Sie kommen! So, ich stelle mich hier hin und wenn die hochkommen... Ah, Waffles wieder. Ja. Wir müssen halt aufpassen, wenn jetzt gleich wieder Tanks kommen und sowas. Mhm. Ich höre ein... äh, Ding. Wo ist denn der jetzt? Achtung, Tank! Ah. Oh-oh. 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 Gott's Heilen. Danke. So, ich würde sagen, geh gleich runter, jetzt wo grad kurz ruhig ist und holen Medikit. Noch mehr? Ja, es ist noch lang nicht fertig. Die Tür ist immer noch zu, Alter. Weißens hätte ich halt gesagt... Oh, oh. Oh, sorry. Weißens hätte ich halt gesagt, geh runter und hol dir ein Medipack. Ich weiß. Hunter irgendwo. Oh, scheiße, ich muss hier raus. Verdammt. Nein, Hunter, Hunter. Drinne, drinne, drinne. Komm, 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 komm. Oh Gott, schon wieder ein Tank. Ich muss mich konzieren. Oh, mehr. Wo ist denn der Tank? Irgendwo unten. Oh, oh, da hinten. Oh, du Spasti, Alter. Dreckiger Bastard. Wo ist der? Oh, 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 oh. Zwei Stück wieder. Ich liege hier unten. Ich habe... Geh runter, geh runter, geh runter. Lauf, komm hierher und helf mir hoch, bitte. Unten, vorm Tor, Richtung Tor. Und nimm dir ein Medipack mit, am besten. Habe ich jetzt nicht mehr gekannt. Hatte ich mich schon. Okay, dann lass uns gleich... Oh, oh. Verdammt. Ja, Alice. Schieß auf die, schieß auf die am besten. Alice hat eh keine Chance. Oh, nee, Alice. Oh, Alice, du bist so ein Spasti, Alter. Alice ist... Statt, der runterkommt, weißt du? Weil das bringt nichts, wenn man stehen bleibt und auf die schießt oder so. Man muss einfach weg. Einfach in Bewegung bleiben bei den Tanks. Mann. Es regt mich gerade richtig auf, dass wir das Level nicht schaffen. Ja. Oh. Dann lag da drin nicht irgendwie eine Nahkampfwaffe. Nö, die bringt dir aber bei den Tanks halt auch nix, ne? Ne, aber um Munition zu sparen, ist mein nix. Oder sagen, die Zombies, die uns nicht sehen, die lassen wir leben. Ja. Dann füllen halt nur die, die... Ja. Ja, ich renne jetzt auch gerade hier so durch, weißt du, weil wir haben das ja jetzt schon des öfteren gespielt. Na ja, was ist denn jetzt los hier? Ja, Alice scheißt halt gleich. Achtung, Achtung. Hier ist ne Nahkampfwaffe. Ne Axt. Sehr gut. Es ist halt auch... Ach, die Pistolen, Alter. Ja, Jürgen, Wichser. Wie ist das dann eigentlich schon mal Experte spielt, Alter? Oh, da kommen schon noch mehr. Wie viele Tanks kommen denn da auf einen? Aber bei so einem Level muss man so weit zu viert spielen oder so. Ach, wie normalerweise schaffen wir das auch. Das Problem ist, wir müssen halt einfach, wenn die Tanks kommen, in Bewegung bleiben. Unten am besten oder so. Ja, weil wir die ins... Oh, die ist hier los. Ja, das ist das Incoming, wo wir jetzt übersprungen haben, weil wir einfach so schnell waren. Toll. Wir sind halt viel zu schnell gerade hier durchgerannt. Besser ist. Los, am Gerüst hoch. Was sollen wir uns hier auf fünf Stunden aufhalten, weißt du? Ja. Wolle nehme ich nochmal vor, selber mit. Hier sind Rohrbomben. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee, dann hier runter zu gehen und Rohrbomben zu holen. Ja, wollen wir jetzt auch. Oh, hier ist die Munition im Haus. Nice. Munition. Ist das ein Flammenwerfer? Wer öffnet jetzt das Tor? Warte, ich kann's auch machen. Na, ich mach schnell. Ich bring mir noch ein Medikid mit. Wo liegen die? Rechts oder links? Oh, okay. Längst liegen wir. Ja, Akku fast leer. Ja, ich weiß. Und denk dran, wenn du reinkommst, unten die Tür zuzumachen, ne? Vor allem, die lassen sich aber auch Zeit mithilfe rufen, das ist halt auch nicht... Komm rein, komm rein! Ja, 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 geht da los. Achtung, Cha-Cha, Cha-Cha! Okay, hab den. So, und jetzt aber rein hier. Und gucken, dass man immer schön in Bewegung bleibt, das ist ganz wichtig. Ich hab unten erstmal die Tür zugemacht. Ja, das hält die zwar nur kurz ab, aber immerhin. Oh, nee. Komm hoch. Ich glaub, das wird halt auch immer schwieriger von Level zu Level so. Ja. So. Und wie gesagt, sobald die Tanks kommen, einfach runter. Und wie gesagt, sobald die Tanks kommen, einfach runter. Oh, oh, denk. Okay. Okay. Komm, lass uns runtergehen. Und wie gesagt, sobald die Tanks kommen, einfach hier, weißt du so, hier kann man nämlich schön ausweichen. Und hier kann man schön außen rumlatschen. Okay. Der erste ist down. Gott. und wie gesagt. Und wie Paul Hiels kunststoffen. Oh, oh! Was für ein Schuss! Oh, oh! Incoming! Oh. Oh… bombe ja ich komme mit ich auch eine und dann klein wieder hoch ja ja und nur noch zwei medipacks achtung da kommen wieder welche hier sind auch noch mal los kann man mitnehmen und ich habe auch noch eine bombe ich verarzt mich mal eben schnell unten sind noch mir die packs na ja ich weiß gut dann aber die nehmen wir nur zur not ja ich geht es aber nur schon mal runter und hol 1 weil jetzt wo gerade so ein bisschen ruhe ist weiß munition achtung und wo es hängt ja von rechts ich gehe ins haus und smoker weg er kommt hoch ja alle hier hinten hin da kommt nämlich gott hoch ja hier kann man halt schön aus achtung da ist da ist noch einer achtung der konkurren die treppen hoch aua okay weg down man down Da unten kommt ein Charger. Und noch mehr in Coming. Hilfe ist hier einsteigen. Oh, die kommen von... Achtung, Tank! Wo bist du? Sollen wir rennen oder erst mal den Tank erledigen? Ich würde sagen, rennen, was das Zeug hält. Okay, go. Go, 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 lauf einfach. Okay, ich bin drin. Ich auch. Alter, die kommen da hinten alle. Okay, wir haben es geschafft. Ja, endlich. Gott sei Dank, das hätten wir gleich machen sollen. Mit dem Tank einfach im Haus. Versumpft, Errungenschaft freigeschaltet. Nice. Zum Gedenken an Alice und Nick. Wie wir die halt einfach zurückgelassen haben, weißt du? Richtig assoziiert. Irgendwie lassen wir die immer zurück. Ist dir das schon aufgefallen? Ja, ja. Alter. Alter. Ja, wenn wir uns die ganzen Kills klonen, müssen wir uns halt dagegen wehren, ne? Verbrauch das Verbandszeug zwölf Stück bei dir, Alter. Übertreib halt. Vor allem ich Adrenalinschüsse vier, Alter. Ich hab mir halt richtig die Dröhnung gegeben. Na, Kampfkürz. 24, 85. Getötete Boomas. Getötete Smoker. Getötete Jockeys. Nick. Ja. Getötete Kölnwürnig Infizierte. 480. Nick mal wieder Erster. Hat die wenigsten Schaden erlitten. Ah, ja. Hat die Witcher am meisten gestört. Eine Ecke. Ja, ist klar. 2167 Zombies wurden bei dieser Filmproduktion verletzt. Ja, schön für die Zombies. Ja, läuft. Ja, dann... Hätten nur die Explosion abwarten müssen und bumm, hätten wir schon laufen müssen. Ja. Naja, jetzt haben wir ja Sumpffieber geschafft. Gott sei Dank. Oh, ja, was auch. Das war richtig heftig. Ja. Ja, Leute, dann würde ich sagen, schaut auf jeden Fall beim Kai vorbei. Der ist natürlich wie in jeder Folge in der Beschreibung, in der Videobeschreibung verlinkt. Genau. Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns ganz dolle über einen Daumen nach oben freuen. Und ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bye, bye. Ciao. 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 .